Flux FM in digitaler Gesellschaft. Eine Zeitungswebsite auszuliefern, Malvertising, habe ich so auch noch nicht gekannt, den Begriff. So nennt sich das, wenn man über die Werbebanner versucht, Schaden anzurichten. Jetzt könnte man mit diesem Schaden zum Beispiel versuchen, fremde Rechner mit Programmen zu infizieren. Man kann die Festplatte verschlüsseln und dann so ein Lösegeld von Betroffenen verlangen. Über dieses Phänomen haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und der einfachste und bequemste Weg im Prinzip, um sich vor Malvertising zu schützen, ist die Verwendung eines Adblockers. Das ist ein Tool aus dem Netz, das die Hörer und Hörerinnen von Flux FM, nehme ich mal an, ganz gut kennen werden. Mit dem kann man eben eine Werbung ausblenden und sich von dieser nicht beleistigen lassen. Und das funktioniert eben nicht nur, damit man ungestört quasi auf der Webseite rumhängen kann, sondern es funktioniert eben auch als Schutz vor sogenanntem Malvertising. Volker, Malvertising, funktioniert das so, wie ich das gerade erklärt habe? Oder wie gibt es da noch Spezialwissen zu sozusagen? Ne, genau. Also das funktioniert eigentlich schon so. Man geht auf irgendeine Webseite, darauf befinden sich Werbemanner und in der Regel ist es dann so, dass in den Werbemannern sozusagen links versteckt sind. Wenn man draufklickt, wird man auf eine infizierte Webseite weitergeleitet und die lädt dann irgendwelchen Schadcode runter, also ein Trojaner oder solche Ransomware, wie du die eben erwähnt hast. Oder versucht sich Zugriff auf Bankkonten zu verschaffen. Das sind so die typischen Sachen. Also sogenannte Drive-by-Infektionen. Das ist das, wie es meistens passiert. Und diese Art von Infektion hat auch stattgefunden bei einigen Rechnern im Bundestag? Ja genau, so scheint es wohl zu sein. Anfangs hat man also nur festgestellt, da gibt es irgendwie Merkwürdige oder Verbindungen zu inkriminierten Servern, zu bösen Servern. Und dann ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, dem nachgegangen und hat also festgestellt, offenbar war das infizierte Werbebanner auf der Webseite der Jerusalem Post. Also ein ganz etabliertes Medium sozusagen. Und darüber scheint es wohl passiert zu sein, dass eben Leute da auf Werbebanner geklickt haben, irgendwie draufgekommen sind und dadurch eben diese Verbindung zum Server zustande ist. Das heißt, die Panik, die vielleicht zunächst entstand und die beinhaltete, dass man Angst davor hatte, wirklich gezielt Opfer eines Hackerangriffs gewesen zu sein, das war nicht der Fall, sondern es war quasi Zufall, dass da auch im Bundestag ein paar Leute auf die falsche Werbung geklickt haben. Ja genau, aber die Sensibilitäten waren halt groß, weil das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es ja wirklich mal einen sehr großen Hackerangriff auf den Bundestag, der dazu geführt hat, dass die IT auch über einen längeren Zeitraum ausgefallen ist. Also insofern ist es verständlich, dass man da so ein bisschen empfindlich ist. Jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, das Gute bei diesen Malvertising-Dingern ist ja, wenn der Adblocker läuft, kommt man mit denen gar nicht in Kontakt, da kann man gar nicht draufklicken und schon ist man safe. Das heißt, wir beide sind uns jetzt schon einig, Adblock, ole ole, wir sind safe. Jetzt gibt es aber Webseiten, auch oft die Webpräsenzen von journalistischen Klitschen, die sozusagen über die Werbung sich finanzieren oder zumindest kofinanzieren und die sagen natürlich, nee, Adblocker ist scheiße. Das hat man vielleicht auch im Netz schon mal erlebt, dass man auf einer Seite sich umgucken wollte und dann poppte plötzlich ein Fenster auf, in dem stand, du benutzt einen Adblocker, wenn du unsere Seite benutzen willst, schalt den bitte wieder ab. Was hat das jetzt mit den Vorstößen aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auf sich, denn da gibt es ja jetzt Journalistenverbände, die sagen, Adblocker muss man verbieten und zwar völlig unabhängig davon, ob die Sicherheit bringen oder nicht. Genau, das war Anfang März, da gab es im Landtag in Nordrhein-Westfalen eine Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien und zwar zum Thema Adblocker und zu der Frage, Adblocker Verbot, ja oder nein. Und der Verband der Nordrhein-Westfalen-Zeitungsverleger, der hat sich da tatsächlich ganz explizit für ein solches gesetzliches Adblocker-Verbot ausgesprochen, meint also, man müsste den Leuten einfach verbieten, Adblocker einzusetzen. Und das soll dann die Lösung des Problems sein. Begründung dafür ist ganz einfach, die sagen, die Benutzung von Adblockern, das untergräbt unser Geschäftsmodell. Wir verdienen unser Geld, wenn wir online Gratisartikel zur Verfügung stellen mit der Werbung und wenn die Leute Adblocker benutzen, dann verdienen wir an der Werbung nichts und damit ist unser Geschäftsmodell infrage. Ja, das ist natürlich dann vielleicht noch richtiger, wenn 100 Prozent der User diese Adblocker benutzen, in Wirklichkeit sind es aber nur 20 ungefähr. Nach den letzten Untersuchungen sogar unter 20 Prozent der User, das heißt also in über 80 Prozent der Fälle können die Verlage offenbar ihre Werbung ausliefern, sodass man sich fragen muss, ist das wirklich so existenzgefährdend, wie die Verlage das selber darstellen oder wird halt nur, also natürlich gehen da Einnahmen verloren. Ich glaube, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, aber das Ausmaß des Problems ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie von Seiten der Verlage behauptet. Ja, der Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen hat auch noch ein paar ganz merkwürdige Theorien zum Thema Adblocker mit in die Debatte gebracht und zwar wurde da, wenn ich das sinngemäß richtig zusammenfasse, ist gut, wenn nicht, unterbricht mich gerne. Auf jeden Fall wurde, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sinngemäß gesagt, dass die Werbeanzeigen auf Webseiten auch einen Nachrichtenwert haben, also dass man quasi an den Werbeanzeigen den Zustand der Wirtschaft ablesen kann. Jemand, der aufmerksam quasi sich auf einer Webseite rumtreibt, die auch Werbung einblendet, der lernt auch was über die Gesellschaft. Insofern halten die auch einen Nachrichtenwert. Ja, und es wurde auch im Weiteren noch gesagt, naja, also qualitativ hochwertige journalistische Angebote, die müssen eine Finanzierung haben. Genau diese Finanzierung bringt die Werbung und wenn wir jetzt alle Adblocker benutzen, dann wird irgendwann Journalismus nur noch von irgendwelchen Hobbybloggern gemacht. Ja, und die Auswirkungen könnte man ja in Amerika sehen, nämlich dass also beispielsweise Leute wie Trump dann plötzlich Erfolg haben, das läge daran, dass eben die etablierten Medien da so geschwächt sind. Also das halte ich auch für eine gewagte These, hat auch tatsächlich während dieser Anhörung für einige hochgezogene Augenbrauen gesucht. Ja, ich weiß gar nicht, welche kritische Website das nochmal so formuliert hat in Bezug auf diese eben gehörte Story oder hat irgendjemand noch geschrieben, das ist dann so, dass wenn die Pop-Up-Anzeigen als Seismograph unserer Gesellschaft funktionieren, dann bedeutet das weniger Anzeigen für die chemische Industrie, dass man dann davon ausgehen muss, dass der chemischen Industrie nicht mehr so gut geht. Da muss man sich quasi Sorgen machen. Ich glaube, es war Netzpolitik Ork hat das geschrieben. Da musste ich echt lachen über diese Beobachtung. Wie muss man jetzt also zu einem Adblocker-Verbot stehen? Ihr seid strikt dagegen, nehme ich an. Was sind eure Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, dass dieses vielleicht dann doch irgendwann ins Leben gerufen wird? Naja, also ein Adblocker-Verbot ergibt überhaupt gar keinen Sinn, denn man muss sich mal klar machen, also hinter Adblockern stehen ja gar nicht immer kommerzielle Unternehmen, die diese Adblocker herstellen und vertreiben, sondern die gibt es auch als Open-Source-Angebote. Also YouBlockOrigin zum Beispiel ist so ein Adblocker, den man ohne weiteres so im Netz bekommt und der auch nicht irgendwie kommerziell vertrieben wird. Insofern ist ja die Frage, wie sollte man denn so ein Verbot überhaupt durchsetzen, wenn es denn käme? Also da fängt es eigentlich schon an, dass das schlicht und ergreifend keinen Sinn ergibt. Es wäre auch vollkommen widersprüchlich, ein solches Verbot einzuführen, denn auf der einen Seite geht die Politik hin und sagt, Leute, im digitalen Zeitalter müsst ihr alle digital mündig sein, müsst euch selber schützen. Ihr müsst für den Schutz und die Sicherheit eurer eigenen personenbezogenen Daten und eurer Systeme sorgen. Und wenn die Leute das tun und sich zum Beispiel vom Mailvertising schützen, indem sie einen Adblocker einsetzen, dann soll ihnen das verboten werden. Das ist ja vollkommen widersprüchlich und ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also insofern, so ein Adblocker-Verbot ist also nicht praktikabel und auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise sinnvoll. Ja, und wenn man das mal zu Ende denkt, dann kommt man ja auf ganz dystopische Gesellschaftsformen, in denen man nur noch quasi das Netz benutzen darf, wenn man sich auch die dazugehörige Werbung reinzieht und so. Das ist ja auch nichts Erstrebenswertes. Genau. Insofern, ruhig weiter den Adblocker benutzen, meine Damen und Herren. Wir raten dazu, auch aus Sicherheitsgründen. Nicht nur, weil es angenehmer ist, sondern eben auch aus Sicherheitsgründen. Genau. Es gibt allerdings noch einen Aspekt, auf den man vielleicht eingehen könnte. Und zwar, also da finde ich, kann ich sogar die Verleger ein Stück weit verstehen. Der Adblocker, um den es den Verlegern vor allen Dingen geht, ist Adblock Plus. Und Adblock Plus wird tatsächlich kommerziell vertrieben. Und das Besondere bei Adblock Plus ist, dass es dort eine sogenannte Whitelisting-Funktion gibt. Ah ja, genau. Da haben wir uns drüber gesprochen. Genau. Also das heißt, Adblock Plus sagt jetzt also zu den Werbetreibenden, passt auf, wir blockieren alle Werbung, aber wenn ihr bestimmte Grundregeln einhaltet für eure Werbung, die darf also nur so und so groß sein und darf nicht irgendwie bestimmte Webseitenteile überdecken und so weiter und so fort, dann ist die acceptable, dann ist die annehmbar. Und wenn ihr dann also uns auch noch einen bestimmten Obolus bezahlt, dann lassen wir eure Werbung durch und blocken aber alle andere. Und das heißt, die machen sozusagen sich so zum Gatekeeper und erpressen sein Geld dafür, dass sie Werbung durchlassen. Und das kann man in der Tat sehr fragwürdig finden. Weil dann nur die ganz Großen diese Werbung sich leisten können. Genau. Das führt vor allen Dingen dazu, dass eben die Großen sich die Werbung leisten können, die Kleinen nicht. Und es führt aber eben auch wieder dazu, dass Leute, die einen Adblocker benutzen, vielleicht gerade, weil sie sich vom Mailvertising schützen wollen, dann plötzlich nicht mehr vom Mailvertising schützen. Weil die Werbenetzwerke, über die diese Werbung ausgeliefert wird, die überprüfen nicht so genau, ist das jetzt infiziert, dieses Banner ja oder nein. Also insofern, Whitelisting, also stellt auch einfach ein Sicherheitsrisiko dar und deswegen ist es nicht akzeptabel. Mal abgesehen davon, dass man eben auch sagen kann, das ist aber jetzt wirklich ein bisschen komisch. Auf der einen Seite verkaufe ich so ein Tool, mit dem ich eben Werbung blocke und dann lasse ich mich von den Anbietern dafür bezahlen, dass ich bestimmte Werbung durchlasse. Ist schon merkwürdig. Und man muss auch sagen, in den Gerichtsverfahren, die die Verleger bisher gegen Adblock Plus geführt haben, sind sie zwar regelmäßig unterlegen. Aber jetzt gerade zuletzt, das OLG Köln hat mal angedeutet, dass sie also dieses Whitelisting schon als wettbewerbsrechtlich äußerst problematisch ansehen. Der BGH wird das irgendwann klären, der Bundesgerichtshof. Und dann werden wir sicherlich mehr wissen, aber bis dahin muss man sagen, also Adblocker-Verbot mit Sicherheit nicht. Aber so ein Whitelisting-Verbot, darüber könnte man tatsächlich mal reden. Gibt es denn ein Adblock-Programm, das ihr benutzt, das ihr empfehlen könnt? Ja, ich würde auf jeden Fall immer zu Open-Source-Varianten raten. Die haben halt den Vorteil, dass sehr viele Leute sich diesen Code angucken können und dann eben auch relativ schnell auffällt, wenn da irgendwelche Sachen drin wären, die nicht so toll sind. Und deswegen uBlock Origin, finde ich, kann man durchaus empfehlen. Hinzu kommt eben, dass der auch noch gratis im Netz zu haben ist. Also einfach mal googeln, dann findet man das schon, kann man sich ohne weiteres so runterladen. Das ist einer, der ganz okay ist. Ja, und wenn man schon am googeln ist, einfach noch einen extra Tab aufmachen und digitale-gesellschaft.de ins Fensterchen eingeben. Da ist man auf der richtigen Seite. Das können wir euch an dieser Stelle versprechen. Volker Tripp, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Woche schon wieder mit einem weiteren Thema, das Netz politisch auch für Flux FM-Hörer und Hörerinnen interessant sein wird. Danke, Volker. Schönen Tag noch. Schönen Grüße an den anderen. Danke. Flux FM in digitaler Gesellschaft.